Vor und zurück. Ja, schön. Den Nacken ein bisschen kreisen lassen. Und willkommen zurück zum Rockdrake Kamasutra. Mit mir und diesmal mit der angezogenen Dextra. Der Akuma, sorry. Ich wollte schon Dextra sagen. Heute ist sie mal angezogen. Ja, weil mir jetzt nicht zu warm ist in der Kleidung. Ich krieg meinen Hals nicht mehr runter. Guck mal, wie das aussieht. Junge, Junge. Das ist so bescheuert, Leute. So. Sieht ein bisschen aus, ob der Hals ein bisschen länger geworden ist. Du hast schon Fantasien, ja. Ja, okay. Mit ein bisschen mehr Fantasien. Wir werden jetzt gleich... Das ist ein Rauschen hier. Wir werden nämlich jetzt runter zum Reaper Queen Gebiet fliegen. Und dort werden wir uns mal ein paar Queens naschen. Weil ihr seht ja, unsere Level sind nicht unbedingt so, wie wir sie gerne hätten. Wir wollen ja jetzt in den nächsten Tagen den Endbox machen. Und dann geht es langsam auch dann auf das Ende zu von dem Let's Play Aberration. Aber freut euch drauf. Wir werden dann direkt weitermachen mit dem Let's Play Staffel 8 Ragnarok. Und ich würde aber noch ein paar Informationen bald hören, wie es da so abgeht, was wir da machen und so weiter und so fort. Aber wir werden jetzt das mal... Wir müssen erst mal Richtung in die Seite... Ich würde sagen, ich würde sagen, ich würde sagen, üblicher Absprung würde ich sagen. Ja, genau. I am gliding. Hast du denn noch alles an? Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Der Rockdrake, der hat immer so eine Eigenschaft, dass wenn du vorwärts gelaufen bist und dann rückwärts drückst, läuft der bei mir mal weiter geradeaus. Der läuft dann, auch wenn du nach hinten drückst, läuft der weiter geradeaus. Immer geradeaus. Der ist baunane. Mach dich mal nicht so dick hier. Ich wollte ja gerade sagen, ich habe den Dickst... Lass, lass mir mal sein. Du bist ein Weibchen. Ah ja. Der Xilla, das war ein Weibchen, ne? Ja, ich habe ein Männchen extra. Ich reite ja am liebsten auf den... Ja, genau. Ich fliege los, das läuft mir zu viel. Oder auch zu wenig. Flieg du los, ich folge dir. Unauffällig. Ich mache mal ganz kurz das Licht schon mal aus. Einfach nur, damit der so ein bisschen... Man kann komplett übrigens bis da hinten durchgleiten, ne? Ja, ich weiß, aber das ist von hier oben dann besser. Weil du hast denn eine höhere Position, womit du besser hochkommst. Meinst du? Ja. Ja, ich will wissen, dass du auch welche hochkommst. Ich komme genau dahin. Du bist ein bisschen so tief. Guck mal, ich lande genau da. Ich habe auch gerade ganz schön weit runtergezogen. Guck, ich lande jetzt genau auf der oberen Stelle da rum. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich komme, ich komme. Ach, der Spino. Sieht so ein bisschen aus, als ob der irgendwie transparent wäre vom Weiten, ne? Der ist einfach nur grün. 696 Schaden, okay. Ich habe gerade 400. Sieger, keiner mag euch. Ne. Sieger sind ätzend. Aber so ein Sieger auf dem Rücken, oh. So ein Sieger auf dem Rücken wäre schon geil, ne? Ich finde die Sieger so ganz nett. Aber sonst, oh, ich bin schon level up. Ich habe noch nichts gemacht und kriege schon level up. Oh, geil. Ich habe, ich bin fast 1000 Damage. Juhu. 1000%. Boah, ich freue mich voll auf das Ende. Also auf Ende von Ragnarok, das, äh, Ragnarok, sorry. Von Aberration, weil ich finde, das ist so gut gelungen, Leute. Das macht so, so ein Spaß, dass das, äh, dieses Outro, das ist ja kein Intro, Outro anzugucken. Das ist echt so geil. Da ist eine Queen. Wo? Rechts von uns, rechts von uns. Perfekt, ja. Guck, ich habe auch gerade recht viele Schaden gemacht. Komm her. Guck mal auch so viel Schaden. Ich mache sogar mehr Schaden als du. Bist du hier kaputt? Ja, ich habe auch noch nicht so viel. Ey, hallo, junge Dame. Du musst mal gucken, welches Level die hat. Hier. Ah. Glaub ich. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Boah, ey, so viel Damage. Unglaublich. Hast du es gehört? Ja. Das ist ja krass. Aufs Bett. Weg damit. Auf mein Gästebett. Also, wenn ihr Gäste sein möchtet, könnt ihr in meinem Computerzimmer, in meinem Let's-Player-Zimmer schlafen. Ich komme dann vorbei. Bei dir auch gerade die Musik hier weg? Ich habe Musik. Oh, der spielt nur sie. Guck mal, der spielt nur da. Der sieht irgendwie voll schön aus. Mal weg hier. Der sieht so richtig böse aus mit einem Biss. Der sieht schick aus, ne? So ein bisschen komisch irgendwie. Der ist aber nur Level 8. Aber ich hasse diese Viecher hier. Irrb. Ja, die Prologe sind, äh, gefährlich. Echt. Ich finde es total dumm, dass man Prologe ja nicht reiten kann. Die sind so groß. Ich finde sie. Sabertooth. Das ist, das, das Dämliche an der ganzen Sache ist, der... Das Queen, rechts von uns. Okay, der, wie heißt der nochmal? Der Giant Beaver, den kann man reiten, der ist genauso groß. Ja, richtig. Der hat vielleicht ein bisschen dickeren Arsch, aber ansonsten... Boah, der ist aber schick hier, der goldene, goldene Spino. Äh, Level 104. Wuss. Du bist doch schön. Oh, die Queen hat dich. Na ja, dann machen wir ein Blatt. Drei Bissens her weg, ey. Vier Bisse. Es tut mir so leid, 104. Voll goldene und noch. Das ist eigentlich eine Schande. Oh, der wäre auch eine Schande. Warum haben wir nichts bei? Wieso? 108. Oh. Ich kann es mal ja trotzdem versuchen, oder? Willst du? Ja, ich kann mal versuchen. Okay. Wir müssen jetzt halt versuchen, es gut aufpassen. Da ich kein Schild bei habe. Muss ich das auch. Ah, das könnte interessant werden. Wir machen so viel Schaden. Naja, wir müssen jetzt mal aufpassen. Ich habe jetzt gerade keine Lupe mehr dabei. Aber die sieht er ziemlich... Ich lasse dich mal beißen. Aber die schreit ja dann, wenn sie wenig ist. Darauf warte ich gerade. Oh, da war sie tot. Ja gut. Okay. Alles klar. Ich habe eigentlich extra drauf gewartet, dass sie schreit. Aber sie hat so gut. Ich wollte es nicht. Oh, guckte den mal an. Der sieht aber pass hellfarbig aus. Junge, Junge, Junge. Ich muss mal gerade so ein paar Levels rausballern. Boah, ich habe fünf Level dafür bekommen gerade. Ah, die war 108. Das Kümchen war übrigens so nett und hat jeweils ein extra Hazard-Sut mitgenommen. Das hast du gut gemacht. Da habe ich natürlich nicht dran gedacht. Ja, dafür bin ich ja, Dix. Siehste. My Brain. Kommt der Schatten her. Karma Sutra. Karma Sutra. Okay. Mäh. Mäh. Oh, guck mal, du blöde Ziege. Mäh. Oh, halt doch, ich schaue an jetzt. Alter. Hast du jetzt auch hochgedingst? Naja, ich hatte bloß immer keine Level mehr. Wie viel hast du denn jetzt? Äh, jetzt habe ich ein bisschen über 1000, glaube ich. Ich habe 1024,1. Ich habe 1016,8. Okay, guck mal da. Ist das eine Queen gewesen? Ich glaube, das war eine Queen. Die ist aber ziemlich schnell. Warum ist die so schnell? Ich fliege mal hinterher. Okay, lass mich hier alleine. Moment, ach, da jetzt. Oh, hier sind zwei. Du wolltest ja. Du wolltest. Jetzt kannst du das auch ausbaden. Bist du auf der anderen Seite des Flusses, ne? Ja, ja, ich stehe hier noch. Vorsicht, du musst weg von dem Wasser. Nicht zurückgehen, nicht zurück. Ich muss in dem Sieger. Oh Gott, hier sind zwei. Ja, wir müssen da weg. Das sind zu viele, wenn es drei sind. Zwei sind gerade nur auf mich zugekommen. Oh Gott. Hier in 40 und 16 könnten wir aber beide locker schaffen. Ja. Wie sieht es aus mit dem Leben? Also ich bin knapp ein bisschen unter dem oberen Strich. Oh oh. Ich gehe drauf. Ich mache 1000 Schaden. Ja, Sekunde, ich wollte eigentlich runterspringen. Oh, die sind verpackt. Jetzt nochmal. Jetzt aber. Ich komme. Liebes Bonos, ich komme. Noch eine hinter uns. Junge, Junge, Junge. Ja, du kannst dich einboden in diese Wellen legen. Du musst jetzt sterben. Alter. Ich will noch leben. Ja, leben habe ich noch genug. Ein ist tot. Die andere ist jetzt auch gleich tot. Die andere ist Level 8. Ich habe jetzt gerade wieder Level ohne Ende. Ich sehe nur 1000, 1000, 1000. Ja, ja, ich auch. Was habe ich denn gemacht? Ich habe mich gerade gedreht mit der Kamera und deswegen bin ich gerade weggeflogen. Ja, ich mache jetzt ganze 300 Gen der Schaden. Das ist meine Liebe zu dir. Oh, tax. Und? Schuss. Aus ist der Kurze. So, mal gucken, ob man sich viel Level bekommt. Was? Nur drei ist eine schämte Umfahrheit. Ich habe nur zwei bekommen, also chill. Oh, ich selber habe ein Level abgekommen. Ein bisschen auf Oxygen bin ich gegangen, ein bisschen auf Food. Das Wichtigste muss man doch skillen. So, ich muss ganz kurz mal hier so ein bisschen... Ich habe ja so einen leckeren... Guck mal, pass auf, dass du nicht selber vielleicht sogar ein Level ab hast, ne? Ne, habe ich nicht. Kaffee-Likör. Necker, lecker, lecker. Und jetzt 87. 87, nicht schlecht. Ich bin fast 200 mit meinem Dings. Boah, 87 bin ich immer noch 83. Das mache ich dem Falsche. Ich bin 196 jetzt. Unglaublich. Ich habe doch so viel, schon so viel gebaut und getan. Oh, guck mal, hier ist eine Dingspflanze. Ich wollte gerade sagen, ich wollte es genau das gleiche gerade sagen, weil ich habe es ja auch gerade gesehen. Komm, ich mache mal ein bisschen Platz. Wie sieht dein Hazard-Zut aus? Ach, locker. Vielleicht 5% weniger. Ja, 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 nix. Lalalala, lalalala. So, ne, bei Forcefiend wäre noch nicht. Ich habe kein Fleisch. Das glaubt ihr keiner. Das glaubt mir keiner, glaube ich. Ich glaub das, glaub ich nicht. Wie viel Leben und wie viel Stamina hast du? 12.600 Leben, 14, äh, 1.400 Stamina. Und Schaden? Schaden habe ich jetzt 1.060. Ich habe 10.000 Leben, 1.500 Stamina und 1.078 Schaden. Mhm. Du hast es ja mit deinem bisschen mehr oder besseren Level. Oder bis das, ähm... Ja, würde ich gar nicht so behaupten. Du warst ja ziemlich... Oh, ich glaub ich meine Axt kriegt. Ne. Äh, du warst ja ziemlich... Ich hatte ja, glaub ich, mehr in... Ich habe 1.060 mehr als du in Food, denk ich mal. Also ich habe 11.200 in Food schon. Das ist eine ganze Menge. Also bei mir ist viel bei dem, äh, Printen auch, äh, bei Food gewesen, glaub ich. Okay. Schmeiß grad mal Rotze raus. Alles muss raus. Das war doch ein Fässerleit über uns. Der ist Gold. Und tschüss. Oh, der gibt aber Gas. Oh Gott. Akuma. Gar nicht. Der fliegt ja ganz gewöhnlich bis da ganz hinten. Der, äh, warum gibt mir so Gas? Der wurde gerade angegriffen. Von irgendwas. Guck mal, die abstrakten Bäumchen. Hast du mal reinzufällig drauf geachtet, ob da ne, 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 ne Dings rausgeflutscht ist? Ja, ist es, aber ich wollte grad nicht holen. Wir sind Fässerleit Sam. Oh, da hätten es übrigens auch ne Reaper Queen. Raus, Alde. Fässerleit. Hm? Du musst doch hier sein. Da kommt sie. Oh, ich hänge in den Kost. Aber, 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 aber. Ich hab' Fässerleit Sam. Hier gar nicht hin. AW8. Die Sieger hat gar keine Chance gehabt, aber 0. Alter, was für Schaden hier. Oh, wir machen gleich Schaden, ne? Oh, ja. 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 Tschüss. So, wo ist der Fässerleit? Ich hab' keine Ahnung. Hier ist voll Schadenleit. Der ist hier rüber geflogen, ne? Der ist hier rüber geflogen, mit vollem Karacho weiter. Meinst du, dass weiter durchkommt? Da oben ist ein... Ach, nee, ist Drache. Hier sind Fässerleit ein Silberner oder weißer oder was ist ein Blauer? Ich hab' keine Ahnung. Ich hab' keine Ahnung. Der ist sogar Blau. Ach, Mann, dieser Drachenkopf, ey. Ach doch. Und, tschüss. Und, tschüss. Hier liegt der Fässerleit hier rumfliege. Der 96, weiblich und Blau. Okay. Hm. Da hinten ist noch einer. Da hinten der Lander gerade auch. Der ist rot, glaube ich. Hm. Ne, der ist auch blau. Aber der ist noch einer, das sind zwei. Und ein 16er in dunkelblau mit orangenen Rücken. Was ist denn der Goldene? Ist das irgendwie so freaky. Der ist bestimmt gestorben oder so. Den hast du aber auch als Gold gesehen, oder? Ich hab' den auch Golden gesehen. Ja, Gold, Gelb. Das ist ja schick aus. Fast nicht. Ah, da oben ist er. Ich hab' ihn gefunden. Ja, wo? Oh. Hier. Bei dem Rockdrag hier in der Ecke ist er. Genau in der Ecke. Oh, das ist ein roter. Da. Aber ist das nicht der? Weil der fliegt immer noch in diese Richtung. In die gleiche Richtung. Was war das denn? Was denn? Also das... Das ist schon wie so eine Ente. Also dieses... Ja, und der Rockdrag ist runtergefallen. Der liegt jetzt auf dem Rücken. Das sieht aus, ob der Breitbein nicht auf irgendwas wartet. Oh Gott, hier kannst du aber nicht mal absteigen. Hier sind drei Polovia. Wo? Unter uns. Ah, kommen wir gar nicht zugeißen, ne? Ne, ne, weil sie auch unter der Erde sind. Ey, ich krieg' hier keinen richtigen Winkel hin. Du musst gucken, welches Level der hat. Pass auf, ich steig' kurz ab. Oho? Ja. Du bist ja dabei. Oh. Geht nicht? Absteigen und der Aufsteigen geht nicht. Ich muss also, glaub' ich, einfach auf dem Boden gelandet sein. Ja. Alter, sind die fett, ey. Also hast du dann, glaub' ich, in die Luft gekillt, ne? Ne, ne, der ist ja nicht. Der ist runtergefallen. Ah, okay. Die sind noch zwei neben mir. Jetzt sag' ich den Fässer, da oben ist der Fässer. Warte, bleib, geh rauf wieder, ich kletter' hoch. Ich soll wieder rauf gehen. Der ist aber nicht Gold. Das ist der, glaub' ich, nicht. Das ist ein Knallroter. Oder das ist er doch? Und der ist einfach nur da hinten golden gewesen? Oh, der Bauch, der Bauch unter, also der Bauch ist Gold, glaub' ich. Okay. Ja, der ist Gold, der Bauch. Dann ist das der, glaub' ich. Der ist aber nur Level 16, dann würde mich der andere mehr interessieren. Ja, die landet mit 96. Oh, der arme Käfer. Ja, der war, wo ist er jetzt wieder hin? Das war das letzte Mal hier. Immer diese Fässerleit. Ach, hau noch ab, Sieger. Tja. Wo ist er hin? Ah, da unten noch hier, hier rechts neben mir auf dem Boden. Da unten guck' ich grad' runter. Da, das steht auf dem Boden. Du brauchst jetzt nur noch zupacken. Steck' ihm den Dings in den Po. Einmal Dingsbumsen. Schnell. Nein, 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 nein. Komm' wieder runter, Junge Dame. Komm' zu mir. Beartig. Nicht zur Grütze fliegen. Danke. Hallo. Junge Dame. Danke. Ihhh. Ist das in der, also pleurer? Ja. Was mach' ich jetzt mit dem Schäfchen? Neville? 65. Bäh. Mh. Mach' mal Folgendes. Pack' es doch da oben auf den, auf den Hügel oben. Welchen Hügel? Ich weiß es, 97. Ne, das MH. Da oben drauf? Da hier. Hinter meinem. Da oben ist eigentlich eine recht sichere Stelle. Zwischen den Spitzen. Guckst du mir mal? Da. Da kann man eigentlich recht gut hier. Das Schäfchen parken. Da. Ah, da hinten hab' ich eine Queen gesehen, ja. Der 96 hat übrigens zwei Samen gekauft. Komm' mal raus. Scheiße. Oh, der kommt aber direkt aus dem Loch raus. Geflutscht. Underway. Oha. Ich hab' mir das Gefühl, dass hinter mir noch einer war. Hinter dir ist ein Names. Gibt's Glicht aus? Nö. Ja. Ja, ich hatte recht raus. Der Featherlight war nicht an. Ach shit, sorry. Ich hab' jetzt grad nur noch hinten geguckt. Dann kann ich mir darauf, dass wir immer noch fighten. Mh. Mach' auch gar nichts. Sag' mal, du warst da drin. Du machst ja echt den ganz entscheidenden Schlag, ne? Ja, leider. Du bist echt von den Killerbestien. So. Ich gehe mal auf Stamina. Also ich bin mit 1,5 Stamina zufrieden. Ja. Ja. So weit war ich noch nicht. Hinter dir kommen. Seeker-Familie. Seeker-Familie. Seeker. Ah, dahinten ist mir angekrieen. Einer davon war total kälb. Junge Name. Ich möchte mit Ihnen reden. Kommen Sie mal raus. Frau Doktor Doktor Akuma. 64. Willkommen in der Sprechstunde oder was? Ja. Ich wollte dich absteigen. Ich wollte dich absteigen. Oh Gott. Oh Gott, Dex. Das darfst du nicht. Junge Junge. Hey. Komm her, fein Stück, was du willst. Oh Gott. Ich komme nicht auf sie raus. Wo ist sie? Hier unten. Ja, auf sie drauf. Jetzt aber. Entscheiden schlag mal ich. Ja, ja. Ich höre gleich auf. Mach du, mach du. Kämpf, kämpf, kämpf. Ist die Wurst. Kämpf, kämpf weiter. Das ist unglaublich, ey. Diese 18, ne, 50 Schaden mehr. Ähm. So, jetzt kann ich wieder auf ein bisschen auf Schaden gehen. Oh, ist ein Fässerleit, ein blauer. Böse, böse. Ähm. Hast du den jetzt getötet? Ne. Ne. Welches Level hat er denn? Genau. Eisblau. Darf ich ein Fässerleit mit auf Ragnarok nehmen? Da werden, wir werden dort Fässerleit. Wir werden doch alle Tiere von, ähm, Aberration doch dabei haben. Oh ja? Jein. Wir machen doch, ähm, wenn ihr das seht. Wenn ihr das seht, wenn ihr das seht. Ach so, ja. Ja, 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 ja. Kann ich mal ein Video machen. Gott. Ich bin halt alt. Freut euch, freut euch auf die Staffel 8 auf Ragnarok, Leute. Freut euch drauf. Weil es wird, es wird spannend. Es wird, äh, ich sag spannend, weil ich kenn ja Ragnarok noch gar nicht. Also ich hab natürlich, äh, mein, ähm, Showcase gemacht auf der Karte. Also das heißt, du gesehen, ich hab die Karte mal beflogen und hab dort, äh, äh, ein paar Stellen, ähm, gezeigt für, für das Intro-Video zum Beispiel. Vorsicht, Fässerleit! Hm, Entschuldigung. Es ist jetzt hier, Fässerleit, ah, okay. Nur, nur Akuma darf. Ja, ich muss erst nach Level gucken, wenn das Level kacke ist oder getötet. Okay. Damit neue Spawn. Also wie gesagt, glaube ich, wir machen, äh, in der nächsten Staffel Ragnarok und dort wird das natürlich nicht, äh, Standard Ragnarok sein. Wir werden natürlich dann wieder ein paar Mods drauf haben. Ähm, schicke und gut ausgewählte Mods. Und dann wird es noch so ein paar kleine Events geben, aber lasst euch überraschen, was, was wir machen. Ich hab den, den Fässerleit, den Weißen, gerettet hinter mir. Hinter dir, vor dir. Hast du Fässerleit? Oh. Lande auf mir, Baby. 148. Noch einer? Boah, der haben wir gar keine Chance, ne? Voll die Killer Bisse. Fässerleit. Level 8. Bäh. Bäh. Ich hab da irgendwo... Wo ist er denn? Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Komm mal zu mir. Boah? Geh doch mal noch neben dir. Komm uns, komm uns mal her. Abmoderation für Operation. Geh mal einen Schritt nach vorne und guck mal gerade aus. Ähm, mein Kamm hat sich aufgestellt. Ja. Geh mal einen Schritt vor. Warte. 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 Null Chance, ey, alter Verwalter. Mega brutal. So, Leute. Das war erstmal der erste Teil der Tour. Wir wollten ja unsere Rock Rakes hochpushen. Ich bin ja Level 200 schon, ne? 201 schon. 201. Geil. Ich bin 199. Ihr wisst ja, wir werden in den nächsten Tagen, ähm, den, ähm, den Endboss machen. Rock Roll. Und das ist ja schon ein richtig fettes Teil. Im wahrsten Sinne. Ja, das ist, das ist ein richtig cooler Bossfight. Und das gefällt mir richtig gut. Das haben sie echt gut gemacht hier. Also. War was Neues. Ne? Wir sagen ja mal bis, äh, zur nächsten Folge. Dann geht's nämlich hier weiter. Und bis dann. Tschö, 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 tschö. Bis dann. Tschö, tschö, tschö. Ich bin dann mal weg. Ich auch.